Und nun sagen wir ja auf jeden Fall die ganze Zeit, dass der Drittkontrolle durch die Lausitz unterwegs ist. Nein, da hören wir nicht so was. Und Marco, seit ich war in Lübbenau, eben am Spreewaldhafen und erzählt was von Leuten im Kahn und einer um den Starksten und alle anderen sind betrunken. Ich glaube, was ist denn bei euch los? Ja, die super Stimmung, wir sitzen auf dem Kahn, 26 Leute und hören dann rein und wünschen uns von den Juano Apes ein Lied. Wir wollen unseren Kahnführer wünschen, Henning, eine super Show jetzt. Ja! Ich hab in der Lausitz, bei Paul, sag mal, wie hört ihr uns? Ihr hört dort Radio auf dem Kahn. Ja! Ja! Wir wollen auf jeden Fall auch Musik hören von den Juano Apes. Brady and Scarlet, aktuelles Finger ist natürlich drin, aber dafür müsst ihr was tun. Und zwar, wie wär's denn mit so einem Satz wie zum Beispiel 26 Leute auf dem Kahn und im Radio Fritz? Das will ich jetzt noch laut und deutlich hören. Okay, machen wir. Auf drei. Eins, zwei, drei. 26 Leute auf dem Kahn und Radio Fritz! Das haben wir aufgenommen, das müssen wir jetzt leider noch mal hören. Okay, komm, erst mal unser Lied.